Wie ist die Einstiegsbereiche von Quant, GRT, CTI, Illuvium? Wie ist die Einstiegsbereiche von Quant, GRT, CTI, Illuvium? Sehr gerne unterhalb der Videobeschreibung finden Sie weitere Informationen. Ebenso für alle, die das Thema Trading interessiert, wir haben hier einen Kurs zusammengepackt. Wir starten Mitte Februar mit unseren Zoom-Calls, das heißt alle, die hier dabei sind, der Termin steht bereits auch schon fest. Und wer noch Interesse hat, nach dem Lernen dieses Kurses weiterhin mit uns zu arbeiten, kann sich sehr gerne unterhalb der Videobeschreibung diesen Kurs erwerben. Und dann können wir sehr, sehr gerne zusammenarbeiten, auch nach dem Kursen und dem Wissen, das Sie dann erlernt haben. Ja, dann starten wir nun direkt los. US30 Dow Jones, wir haben das Ganze hier etwas vertagt, das heißt auch hier erneut keine klare Entscheidung. Man muss aber auch sagen, Sie sehen hier, das Zielszenario hat sich nun ausgespielt. Wir haben hier nun den Widerstand erneut getestet, das heißt nun befinden wir uns wirklich in der absoluten Phase, denn unserer Meinung nach ist der nächste Widerstand, den wir sehen werden, der Durchbruch. Das heißt, es gibt für uns, wie Sie bereits wissen, zwei Szenarien, entweder das Szenario oder wir brechen hier nach unten. Wichtig aber, dass wir hier entsprechend nach unten und nach oben gehen können. Denn primär muss man ganz klar sagen, wir stehen jetzt in einem Bereich, wo wir sagen können, das ganze Thema wäre positiv abgeschlossen. Aber man muss hier auch offen sagen, dass es ganz, ganz klar ist, dass wir hier beim Dow Jones auch nochmal tiefer gehen können. Und ja, die Entscheidung zwischen Bitcoin und Dow Jones liegt jetzt, haben wir stärkere Anstiege und das heißt, wir gehen dann bis 26.000 Mindestziel oder haben wir einen weiteren Abverkauf und dann gehen wir wirklich in die Richtung 18.000, gegebenenfalls beim Bitcoin. Das Ganze schauen wir uns gleich gemeinsam an und wir zeigen Ihnen nun auch, wann Szenario A kommt und wann wir Szenario B erwarten. Wir zeigen es Ihnen nun direkt. Bevor wir das aber machen, schauen wir uns nun mal den Ados Chart an. Wir gehen hier davon aus, dieses Szenario steht schon sehr, sehr lange auf dem Chartbild. Sie kennen das, wer uns bereits schon länger verfolgt, muss man hier sagen, wir erwarten dieses Inverse Head & Shoulder Pattern, dass sich das komplett ausspielt und wir haben nun hier unseren Widerstand erreicht. Sind nun rejected und Sie sehen es, wir stehen hier nahezu am Boden von der Rejection. Das heißt, vom Altcoin-Bereich können wir nicht mehr viel gehen, um dieses Szenario zu halten. Das heißt, wir könnten jetzt maximal nochmal nach oben kommen und nochmal einen Wig sehen hier in dem Bereich, aber dann sollten wir nicht mehr tiefer kommen. Denn um dieses Szenario zu halten, sollten wir hier definitiv nicht nach oben brechen. Dann wäre das Szenario obsolete und wir hätten keine Chance, hier diese direkten Ausbrüche noch zu gehen. Und Sie wissen es, das bedeutet eine 60-70%ige Kapitalisierung, die wir nun reinbekommen werden, sollte sich das Szenario ausspielen. Das heißt, dann können Sie sich sehr gerne selbst ausrechnen und ausmahnen, was das für die ganzen Altcoins bedeutet. So unser aktuelles Szenario nach wie vor absolut in Ordnung. Wir geben dem Ganzen auch unser Ausbruch-Szenario hier, wenn er dann die 124 gepackt hat. Ja, dann schauen wir uns Bitcoin an. Das war unser Sekundär-Szenario. Wir sind ja davon ausgegangen, dass wir nochmal einmal kurz hochkommen können. Dieses Hochkommen hier hat eigentlich auch gut funktioniert, aber wir haben gesagt, einmal werden wir noch hochgehen, bevor wir diese Korrektur sehen. Nun haben wir sie zuvor gesehen. Hier haben wir die Zielbox hinterlegt. Wir haben ihn ja heute auch mal mit Pfeilen aufgezeichnet, wie das Ganze dann circa aussehen wird. Das heißt, hier haben wir einmal die Zielbox, die hier im Bereich der 21.3 bis 21.6 geht. Sollten wir die nachhaltig verlieren, hätten wir hier die 20.200 und dann hätten wir nachhaltig hier die 18.000 bis 18.000, beziehungsweise knapp 18.800. Diese drei Szenarien gilt es im Auge zu behalten. Das heißt, hier würde es dann tiefer gehen und nochmal tiefer gehen. Aber aktuell, solange diese Zielbox hier hält, haben wir hier unser Sekundärszenario nun, was sich ausspielen könnte. Und wir haben es heute bereits in der Gruppe gezeigt. Von diesem Inverse Head & Shoulder Pattern sehen wir hier die Anstiege im Bereich der 26.200 als übergeordnetes Ziel. Und von dort geht es dann in die größere Korrektur. Aber wie gesagt, so mal aktuell der Stand. Ja, dann schauen wir uns hier QNT an. Bei QNT gibt es Folgendes zu sagen. Entweder hier jetzt bei 131 oder wir touchen hier nochmal die 118 kurz an. Nichtsdestotrotz hat QNT unserer Meinung nach nun die direkte Chance, sich hier auszubrechen. Das sollte kein Problem sein. Und wir gehen auch weiterhin von den nächsten Anstiegen aus in den Bereich 172 bis 183 imminent bei QNT. Da bleiben wir bei unserem Szenario. Ja, dann schauen wir uns GRT The Craft an. Der hat sehr, sehr gut funktioniert. Da haben wir hier gesagt, die Zielbox hält die nicht. Geht es hier direkt rein. Und Sie sehen es, wir haben hier nun nahezu perfekt getoucht. Sind hier nach oben gekommen gleich. Und hier erwarten wir weitere Anstiege dann in den Bereich der 26 Cent bis 28 Cent. Dann schauen wir uns hier noch CTI an. Auch das hat sehr gut funktioniert. Wir haben hier die Zielbox. Sie sehen es, wir zoomen jetzt hier mal rein. Und ja, hier 0,618, 0786 und nun kam die erste Gegenbewegung. Und das ist unsere aktuelle Wartung. Nichtsdestotrotz kann auch CTI noch mal tiefer kommen, hier in den Bereich der 20 Cent. Aber solange diese Box hält, gehen wir weiterhin von den Anstiegen bis 0,07, 0,09. Verzeihen Sie, das sind nicht 20 Cent, sondern 2 Cent hier unten. Dass wir das auch noch mal kurz besprochen haben. Und zum Schluss schauen wir uns noch Illuvium heute an. Hier haben wir unser primäres Ziel-Tage erreicht. Das haben wir schön getradet. Sind nun hier runtergekommen in unsere Zielbox. Und von dort erwarten wir weitere Anstiege hier in den Bereich der 126 hier. Direkt etwas höher dann in die Zielbox. Ja, lassen Sie dem Video ein Like da. Das soll es gewesen sein. Wie immer knackiges Update direkt auf den Punkt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder einschalten. Haben Sie einen schönen Abend und bis morgen. Danke sehr. Ciao.